Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Deponia. So, reden wir mal mit Gizmo. Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei Ihrem Sturz beschädigt. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus Ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuwak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In Ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Ich will einen Notfall... Ich höre... Doch kein... Aus deinem... Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Wir müssen Kletus verständigen. Die Frage ist... Mit dem Postamt? Die Post öffnet wieder um... Um... Um welche... Ihr fe... Hallo Lotti! Du schon... Du schon wieder? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja... Dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren! Ha? Ich verschwinde! Lass dich nicht auf! Ich sag... Das Postamt bleibt... Ja, ja, ja. Diese Technik ist voll für die Katz. Wie komme ich denn jetzt am... Nächster, bitte! Besten... Irgendwie rein. Coal trinkt ihren Kaffee schwarz. Wow! Alleine von den Ausdünstungen blättert hier schon der Lack ab. Wie komme ich jetzt in die Post? Nein! Ach ja! Ach ja! Das muss nicht... Nicht einmal dem... Sie hat mich nicht vor... Ja, okay. Hm. Irgendwie muss ich die Post aufkriegen. Die Frage ist nur wie. Vielleicht hat Wenzel eine Idee. Wenn er... Irgendwo hier ist, ist er aber nicht. Nein, ist er nicht. Du, Lonzo! Ah, Rufus! Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du... Ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Toll. Der hat also auch keinen Tipp für uns. Wie kommen wir denn in die Post? Hallo nochmal. Ah! Brrrr! Bis bald! Tschüss! Die Post um welcher F... Also, dass er kein Grund macht. Ich hab nix für dahin zu hängen. Ich hab einfach nix. Hm. Gehen wir doch mal zum Bürgermeister hier. Hach! Er ist und bleibt ein Penner. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Und jetzt vorsichtig. Nichts. Haha! Lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Bkku, bkku, bkku. Ja. Boah, das ist dann hoffentlich... Die Uhr, die da hingehört. Ich glaube, die Post hat auf. Potsdana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nö. Nee, ne? So. Dann gehen wir mal in die Poststelle. Eine Klappe. Eine Klappe. Rote. Der Job ist so langweilig, dass ich nur einen Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Ähm. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte einen Nachsenderantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsenderantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Okay. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren drei Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotteck. Eine weitere am Empfang des Rathauses. Die dritte Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na perfekt. Gibt es denn da keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer den Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4 direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie, wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Pfff, wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur und das... Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkastenputzmittelersatzsack. Potzdonner. Bis später. Ja. Dann gehen wir mal die Klappe aufmachen. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Hm, wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur, was sag ich nur, was sag ich nur? Aber, äh, ja, äh, ja, äh, ja, also, vielleicht, äh, nachholen wir. Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Kurr! Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Wie die Katze jetzt reinschaut. Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee, ich sollte Projekt... So, habe ich denn... Ja, ich habe noch ein paar Gutscheine. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Hm, woher? Adresse verifiziert. Was? Versand wird... So, mal schauen, ob... ... das jetzt anders ist. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Schade. Hat doch nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Wie entspannt sie auf einmal ist. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Wahrscheinlich gesehen dürfen die beiden nicht das gleiche haben. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine... Geschenkgutscheine verifiziert. Ja, ja, ja. Geht klar. Versand... Ja, okay. Ich habe, glaube ich, die Idee. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Die auf dem Drehrad muss langsam sein, auf dem Laufband. Und die andere, die wird jetzt aufgeputscht. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Hier, Kätzchen. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. So, noch ein bisschen mehr Kaffee, Kätzchen. Hey, der Kaffee lässt sich... Schade, nicht nur mehr Kaffee. So, dann das Ganze hier nochmal. Bla, bla, bla. Ein G2-Adre... Was? Ver... Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport. Kleine Güter-Auffüllung mit Knicker-Folie startet. LOL. Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Kurrrr. Kurrrr. Hm. Fehler, Fehler. Dann halt nicht. Gut. So, das war ja mal schon nicht schlecht, aber auch nicht gut. Nell machen und die langsam. Was passiert dann? So, versuchen wir das mal. Und schon läuft's. Die schnell. Hey, dein Kaffee, ich sollte... Und... Die langsam. Hier voll die Tierexperimente, ne? Hehe. So. Ich habe hier... Mein G2-Adre... Was? Was? Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler. Das Paket ist doppelt unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Okay, das... Das ist anscheinend auch nicht richtig. Wow, alleine... Wow, alleine von den Ausdünnten... Nein, nein, hier. Sie könnte... Fick sie normal mal. Das habe ich ja auch noch nicht versucht. Ich habe hier... Ge-Ein-Geben-Hm-Adresse... Gucken, wie viel Franken jetzt da drauf kommen. Eine. Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler. Das Paket ist einfach unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Ich komme nicht dahinter, ne? Und die Zeit ist auch jetzt schon wieder um. Das kann ich dennoch versuchen. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Ganz langsam zu machen. Hier. Ich habe hier... Ein Ge-Ein-Hm-Adresse... Mal gucken, was jetzt passiert. Fehler, Fehler. Das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frankierungsstufe 2 sind ungeeignet für den Transport. Kleiner Güter-Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, heh, heh. Ein mittelschweres Paket wird verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Kurr! Hm, gehen die nicht irgendwann aus, die Tauben? Fehler, Fehler. Dann halt nicht. Ja, jedenfalls. Das war es dann mit dieser Folge von Deponia. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Du alte Memme, denkst du, du hast Probleme. Nur weil etwas abwascht, die Spüle verstopft. Schmarr das Gezäter, Gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit frag er, ich bin's leid. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Und so begab es sich, dass er, superlässig, das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt. Und mit ihrem Schoß auf nem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im, äh, äh, weitesten Sinne. Wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am Subadäquat. Kalibrierten Hirnimplant da. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Husser, es geht ums Prinzip. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten? Geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen. Und das ohne auf Lohn zu bestehen, von der Belohnung mal abgesehen. Doch jetzt heißt es Husser auf gutes Gelingen. Husser auf gutes Gelingen. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet. Genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die R gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst. Der Punkt ist doch das. Husser und so, der Chor ist volle Fahrt. Husser, der Chor ist am Start. Herz, der Chor...